Okay, ja, das müssen wir nämlich gleich ein bisschen machen. Gut, drei. Holy shit, das ist laut. Kann ich noch leiser machen. Alles klar, ich glaube, Minecraft ist gerade einmal gecrashed. Fängt sehr glatt an. Was hast du gemacht? Das würde mich jetzt mal interessieren, was du gemacht hast. Ich weiß es nicht. Ich bin ins Inventar gegangen. Na. Ja, ins Creative Inventar, gell? Und weißt du, was hast du dann gemacht? Ich weiß, was du gemacht hast. Ja, und ich hab dir gesagt, das darf man nicht machen. Warum? Ich hab, ich weiß nicht, es crasht einfach. Ich hab dir das gesagt. Du hast nur dir da nicht zugehört. Ich hab gesagt, ich hab gesagt, nur Creative Plus. Und du hast sogar noch ewig mit mir darüber geredet. Creative Plus. So. Hallo und so und schnappst, wir spielen mal wieder ein Minecraft-Projekt. Und lang ist es her. Gute alte Nostalgie kommt da natürlich hoch. Und wir spielen ein Rip-Off von Sky Factory. Selbstdesigned von mir natürlich. Wir haben auch sonst gehostet von dem hier auf seinem Computer tatsächlich. Wir haben es ja nicht mal geschafft. Die Träume sind wahrgekommen. Und wir spielen mit altem Nostalgie-Bruder Exititus. Heißt jetzt, stopp mal kurz. Ja, wir spielen, wie gesagt, ein Rip-Off von Sky Factory. Wir haben nur diesen einen scheiß Baum. Und unser Ziel ist es, wenn ich gleich mal auf M drücken, die Sachele zu bereisen. Also, gar nicht... Das sind ja ganz viele neue Paletten. Das kann ich abbauen. Ach, das ist ein Mod-Attection. Also, nach der kleinen Unterbrechung geht es dann endlich los. Und mit das fängt man natürlich an, den Robber zu bauen. Kein Text-Rubback ist, wie gesagt, ein Custom-Mod-Bag. Deswegen... Er werbt da so ein Fuck-Node. Kein Zappling bekommen. Hast du ihn runtergeschlagen? Nein. Du hast ihn runtergeschlagen? Er war in mir drin, okay? Hat irgendjemand noch ein Zappling? Nein. Dann wären wir ja jetzt hier stuck. Also, die sind wir jetzt in Europa. Theoretisch, ja. Das war's mit dem Projekt. Ja, also, das war's. Ja. Schade. Schade. Wir werden wohl leider hier auf diesem Island verhungern. Damit verbringen wir jetzt auch die restliche Zeit. So, weiter geht's. Wir haben ein bisschen verkackt. Das ist jetzt immer noch dieselbe Map praktisch. Und da hinten irgendwo war auch der alte Punkt. Und nur, das war halt super viel Schnee, haben wir rausgefunden. Deshalb haben wir gesagt, fuck off. Wir machen noch mal von vorne und fliegen jetzt einfach hierher, holen und machen uns hier eine Insel. Und jetzt haben wir halt hier die Insel. Da hinten ist nichts. Und wir würden uns auch nicht hinbauen, weil das wäre gay. Und es wird auch viel zu lang dauern. Wir sind gerade locker 200 Blöcke geflogen. Kann man ja an den Koordinaten sehen. 280. Wir waren ungefähr bei 0. Gut. Also, noch mal von vorne. Holz abbauen. Warten wir mal damit. Weil letztes Mal wir... Warte, warte, warte damit. Warte damit. Let... Jo. Ganz gut, wir haben jetzt noch auf Pistoleon-Modus. Das haben wir kurz gemacht. Warum wegen... Difficulty 3. Jetzt nicht mehr. Und zwar... Letztes Mal hätten wir einfach eine Crook benutzen können, Jungs. Ah, ich habe schon ein Zeppelin bekommen. Dann, okay, dann... Moment. Warum ich es vor uns soll? Ja, ist egal. Ich habe schon ein Zeppelin. Ist alles gut. Warum? Ich bin in hier, Digga. Ja, ich möchte gern was abbauen, aber ich kann nicht. Könnt ihr... Bitte ein Stück weiter von mir weggehen, damit ich hier was hinmachen kann? Warte, die Eifel können springen runter, kurz. Nein, 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 nein. Alles gut, wir können... Alles gut. Es ist okay, wir können das machen. Du brauchst keinen Bogen wieder. Du brauchst keinen Bogen. Du brauchst keinen Bogen. Du brauchst keinen Bogen. Das sind Blätter. So. Schon haben wir Platz. Ah, warte mal, ich habe die falschen gesetzt. Ich würde mal alles wohl irgendwo was weggeworfen. Hier kein Mobs draufs bauen, das ist geil. Das müssen wir gleich nochmal berichtigen, okay? Also, das wird ein relativ frühiges Projekt wieder. Vielleicht wird es auch mal gestreamt. Vielleicht. Es wird auch... Es wird auch ein bisschen gecuttet, wahrscheinlich. Vielleicht auch ein bisschen mehr. Ich meine, jetzt in der ersten Folge habe ich eh schon ein bisschen viel Arbeit daran. Von daher kann ich es direkt auch richtig machen. Ich meine, nach vier Tagen von meinen Papier rumkummeln, hast du es ja endlich geschafft. Ach, da brauchen wir gar nicht anfangen. Ja, was ist halt geil. Warum habe ich zwei von den Büchern? Fehlt eine meins? Nein. Ehm, hier. Trägt ihr, ey. Irgendwie funktioniert das nicht so gut wie beim letzten Mal, oder? Da habe ich glaube, ich richtig der Klotz rausgeschossen. Es kommt, ich hasse mein Leben. Egal. Wir können das nicht fixieren. Wo ist die... Wo ist die Workbench hin? Keine Ahnung. Wo ist... Oh mein Gott, Alter. Dann setzt sie irgendwo hin. Du stehst immer in mir drin, Junge. Ja, du bist halt geil. Moment, lass mich das mal mit dem Holz machen. Lass mich mal das mit dem Holz machen. Du brauchst jetzt eine Achse. Jetzt machst du... Ja. Machst du Big Shock. Aber du fällt doch alles an runter. Big Shock. Es liegt irgendwo in einem Baum. Scheiße. Ah ne, es ist in meinem Inventar. Alles gut, es ist in meinem Inventar. Oh. End's gone. End's gone. Okay, ich habe schon mal eine Zweifung. So, ich weiß schon, wie es weitergeht. Und zwar brauchen wir jetzt eine Barrel. Fürs Regen auffangen und fürs... Oh, ich weiß nicht, wie man sie baut. Ja, Barrel... Ich weiß noch, wie man sie baut. Ich habe sie, ich habe sie. Das wird alle verstellen. Ich habe auch schon Silkworms, aber die möchte ich jetzt noch nicht reinpflanzen, weil wir erstmal ein paar Bäume brauchen. Das ist great. Also, ich habe hier noch ein Zeppling über. Soll ich den einfach Elite Barrel tun, oder? Ne, behalte mal die Zepplings. Kann nämlich manchmal sein, dass nichts rauskommt. Dann haben wir lieber noch einen. Jo, ne, ich kann nicht gar nicht... Ich bin dumm, du bist. Ich hatte das ganze Holz. Ich... Wieso bist du so dumm? Ich habe Angst, dich zu springen, ne? Das ist gar nicht. Darf ich gleich eine Kiste einfach machen? Jetzt schon. Nein, ich habe... Ich vertraue mir nicht. Junge, es twirkt einfach nicht mehr. Lauf dir das. Ja, wenn ich Äpfel brauche. Dort am Anfang. Was baust du? Äpfel. Ich habe Äpfel. In der Kiste. Ich weiß nicht, ob man auf dem Seppling stehen muss oder daneben nehmen oder so. Ist egal, wenn Niki komplett draufsteht, sonst baks einfach am Ball und bist so tot. Immer so halb drauf. Ich kenn dir, du betrügst mich hier, Alter. Oh ja, das ist wieder... Das ist noch Doppelzeig am Morgenbaum. Egal, ich habe Angst. Ach, bei dir auch. Ich habe... Egal. 56 Holz? Hat mir irgendjemand vorher was gegeben? Äh... Nicht, dass ich wüsste. Einbau? Also, wir haben ja dieses Mine-Ding da, wie auch immer das heißt, ja? Dieses Weiler... Ne, wie heißt das? Weiler und... Ähm... Jabber. Haben wir beides drauf. Und das andere, dieses da, wo du alles abbauen kannst mit einem Knopf. Fine-Miner. Genau. Könntest du auch auf die Slaps funktionieren? Ja. Deswegen sollst du es nicht auf einen Knopf legen, den du manchmal vielleicht gerade drückst. Manche Leute haben es aufs Shift und dann shiften sie, weil sie abbauen wollen, dann bumm. Ach, der ist das Sieb. Okay, das kann... Ne, das kommt da auch nicht hin. Ah. Das Sieb kann hier hin. Ne, das ist auch restlich. Moment, ich sehe noch was raus. Let me think. Ich mache hier eine Ecke dafür. Also soll ich Sand, Staub oder Erde noch sieben? Ähm... Du kannst erstmal nur Erde sieben. Okay. Weil wir brauchen Steine. Und Steine gibt gar nichts. Wollen wir merken jetzt eigentlich deine eigene Musik endlich mal hinzufügen? Oder geht eher nicht? Ja, geht theoretisch was. Das ist ein bisschen nervig, ich habe es nicht hinbekommen. So, wir brauchen natürlich auch Lava für einen Generator für Magma Generator. Dafür brauchen wir einen Crew-Ship. Aber wir brauchen noch einen. Lava Generator, was? Has technology come this far? Where is it? Was? Wo ist der Lava Generator? Ich glaube, du hast das falsch, verstehst du. Ja. Deswegen sollst du es merkwürdig haben. Er hat einen Cobblestone Generator. Und dafür brauchen wir einen Lava Generator. Das ist dann ein... Magma Crucible. Oder nur ein Crucible heißt es hier. Und dann macht man Steine rein, erhitzt es nur und wird es langsam Lava. Hat jemand noch Steine jetzt? Ich habe jetzt sieben Cobblestone. Okay, gib mir mal zwei davon. Man könnte den zu Slabs machen, dann Slapofen machen. Aber ich finde das irgendwie unnötig. Ja, mach mal ein Slapofen, das gleiche wollte ich ja gerade auch. Ist nicht schlecht für den Anfang. Boop. Ist aber nicht langsamer, der ist auch nur klein. Gut, jetzt brauchen wir Sand und Clay. Das heißt, wir müssen einfach mal weiter dreck sieben. Sand können wir auch bekommen, wenn wir immer mit einem Hammer Erde schlagen. Nee. Oder doch. Ich weiß nicht mehr, was man schlagen muss. Ich glaube, man muss Cobblestone schlagen. Hast du einen Hammer gerade? Sand? Ganz kurz, hier, ich habe einen Cobblestone, ich habe einen Hammer, da nicht drauf. Dann wird es zu Gravel und den nochmal kaputt machen, weil Erde kann man nicht mit einem Hammer schlagen. Aha. Und das ist dann Sand, ja. Ja, und das musst du mit Wasser, glaube ich, da... Ah, apropos Wasser. Mach die Barrels auf, Alda. Äh, ich sitze die jetzt echt im Moment. Oh, stimmt, stimmt, wo sind die, wo sind die? Ja, ich habe die noch im Moment. So wollte ich sie auf keinen Fall hinsetzen, aber jetzt ist es so. Man kann es auch ohne den Bucket machen. Man kann sich ja auch einfach einen erfarmen. Man kann ja Eisen einfach farmen. Wir brauchen echt einen Eimer, das ist das Erste, was wir brauchen. Normalerweise hätte ich jetzt einen Clay Bucket gemacht. Existiert leider nicht. Jeder, der meinen Baum untrackt, wird geschlagen, okay? Ich stehe nur da. Hallo, du hast den Baukipp gemacht, Cobblestone. Suchst du Stress? Ja, ich suche Stress. Okay. Oh, meine Wachs ist kaputt, scheiße. Nigero! Nigero! Oh, meine Wachs ist kaputt gegangen, scheiße. Mach den mal auf Minus. Das geht locker. Ich fände Minus beim Borat. Ey, Smooth Lighting ist... Habt ihr das auch? Ey, wenn ich hier eine Fackel in der Abdeck habe... Ist das bei dir jetzt auch heller? Warte, äh... Bei mir ist das richtig geil, wie bei so einem Shader. Äh, wir spielen jetzt noch weiter. Eine Stunde, es ist wahrscheinlich eine Stunde oder 13. Mit dem Part davor sind wir bei fast zwei Stunden. Ich denke mal, da kommt schon ein bisschen was zusammen. Und... Ja, sagt mir, was ihr von dem Projekt haltet. Mit Däumchen sehe ich das natürlich immer am besten. Aber meistens seid ihr nicht so aktiv in Bewerten. Das heißt, vielleicht auch einfach einen Kommentar schreiben. Das reicht. Wenn ihr mitmachen wollt, schreibt es einfach in die Kommentare. Wenn ihr noch Mod-Vorschläge habt, auch einfach in die Kommentare. Ich gucke, ob sie reinpassen. Und dann hoffe ich, dass wir uns auch beim nächsten Mal wiedersehen. Goodbye. Goodbye. Bye.